Am 20.02.2024 gegen 19 Uhr wurde die Polizei Köln zum Dom alarmiert, da ein Besucher bei der Taschenkontrolle einen Domschweizer beleidigte und einen Tisch umwarf. Er erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.